So, heute mal ein kleines Trainings-Update-Video von mir und hier seht ihr, Bankdrücken, 100 Kilo, endlich geschafft und so kann es weitergehen, auch wenn es nicht 100% sauber war. Mein Trainingsplan besteht eigentlich aus ein paar Übungen, die ich jetzt versuche, jeden Tag fast eben durchzumachen. Dann einmal hier Bankdrücken, so 10 Mal mit 80 Kilo oder was das jetzt ist und dann mache ich die Übungen eigentlich immer sehr schnell hintereinander. Dann natürlich auch ein bisschen was für den Bizeps und so weiter und Leute, ich weiß, dass ich mitschwinge und so weiter und so fort, das ist mir aber auch egal, weil ich mache kein Bodybuilding oder sonst was, sondern ich mache Hindernisläufe und da schwingt man auch immer mit und von daher ist das gar nicht so schlimm, wenn man da eben technisch nicht 100% sauber arbeitet bei den ganzen Übungen. Genauso beim Kreuzheben oder sowas ist mir auch egal, wenn die Stange ein bisschen weiter weg ist vom Knie und ich mir nicht die Knie unbedingt blutig mache oder irgendein Kram. Das ist für meine Wettkämpfe eigentlich völlig egal und dementsprechend brauche ich das auch nicht. Ich mache auch keine Technik-Videos oder sowas, ich wollte euch nur zeigen, was ich eben mache. Also es gibt verschiedene Übungen, die ich dann eben mache, das sind die ganzen Oberkörperübungen, also jeden Muskel einmal durch. Dann gibt es einen Trainingsplan quasi oder einen Tag besser gesagt, wie man es auch immer nennen möchte oder ein Set mit Beine. Also das besteht dann aus Kreuzheben und dann habe ich hier ein bisschen Adduktoren und Abduktoren eben drin, da dreht man sich dann einfach um und macht das gleiche zur anderen Seite nochmal. Also auch sehr wichtig für die Stabilität halt beim Laufen für mich. Dann auch noch ein bisschen Beinstrecker und Beinbeuger. Das mache ich dann hier mit so einem wackeligen Ding, das reicht eigentlich völlig, wenn man vorher schon Kniebeugen gemacht hat, sich dann nochmal hier ein bisschen damit abzuschießen, ist das völlig in Ordnung. Und das gleiche natürlich auch nochmal von hinten. Dann das nächste Set aus Übungen besteht aus Übungen mit eigenem Körpergewicht, also einmal natürlich Oberkörper, dann Beine, wie ihr gerade gesehen habt, so ein Set und jetzt Ganzkörperübungen. Und diese drei Sets, die möchte ich eigentlich jeden Tag dann quasi machen, dass ich die einmal durchmache und jeden Tag eben den ganzen Körper trainiere. Dann gibt es auch noch ein bisschen so Griffkrafttraining für die Hindernisläufe natürlich dabei. Kann man sich sehr gut steigern. Ich habe mich ja die letzte Woche mit den Gewichten dran gewöhnt, eben jeden Tag zu trainieren. Und das ist das, was ich ketogen eben dann maximal rausholen möchte, am Ende halt so viel zu trainieren, wie es halt geht. Ich achte natürlich immer so ein bisschen auf Regeneration, das ist klar, wenn ich jetzt einen Tag merke, ich habe Muskelkater oder mir geht es nicht so gut oder was auch immer. Dann mache ich halt die Sets eben mit weniger Gewicht und meistens mache ich dann morgens, mittags, abends ein mit ein bisschen Pause dazwischen. Also morgens Oberkörper, mittags irgendwie Beine und abends dann nochmal eben hier die Ganzkörperübung. Und ich taste mich auch an Übungen ran, die ich auch noch nicht so gut kann, wie hier zum Beispiel das Beinheben oder sowas. Da schwinge ich natürlich auch noch, das ist alles technisch noch nicht hundertprozentig. Aber das soll jetzt eben kommen und dafür mache ich das jetzt auch. Ich sehe das ja selber auf den Videos, was ich dann eben falsch mache und kann daran eben arbeiten. Ich bin einfach mal gespannt, was ich damit so durchmachen kann und vorgenommen habe ich mir mindestens zwei von den ganzen Sets eben zu machen am Tag. Das heißt, wenn die Beine jetzt wirklich mal richtig platt sind, lasse ich die halt raus, aber mache dann Oberkörper- und Ganzkörperübungen hier und versuche da wirklich regelmäßig jeden Tag eben das Maximale herauszuholen. Das ist das, was ich damit eben machen möchte. Und am Ende werden wir sehen, ob das Ganze eben auch was gebracht hat oder nicht. Ihr habt jetzt auf jeden Fall mal die Übungen gesehen. Ich denke, ich habe jetzt fast jede Muskulatur eigentlich drin vom ganzen Körper und das ist eben auch wichtig für die Hindernisläufe, Stabilität beim Laufen und so weiter. Gerade eben auch hier Klimmzüge oder sowas. Ja, das wollte ich euch einfach mal mitgeben. Vielleicht so als kleine Inspiration, was man noch so machen kann oder so. Und das war es eigentlich mit dem Video. So, und das Ganze geht hier auch mit so einer App, die ich mir jetzt hier geholt habe, die ich eigentlich ganz cool fand. Und zwar habe ich jetzt hier, wie gesagt, einmal Oberkörper eben hier drin, was ich dann durchmache. Das Ganze dauert dann ungefähr so 15 bis 20 Minuten. Das geht relativ schnell. Drei Sätze und die Wiederholung kann ich dann eben hier entsprechend eintragen und kann dann auch sehen, was ich die letzten Male gemacht habe. Also hier 100 Kilo einmal zum Beispiel. Und dann gibt es eben Tage wie gestern, wo ich dann anstatt mit 80 Kilo Bankdrücken, wenn ich ein bisschen Muskelkater habe, eben 60 Kilo mache und dann auch nur maximal 10 Wiederholungen, nicht unbedingt an die Grenze gehe. Ja, und so kann ich das Ganze dann im Protokoll natürlich über die Zeit auch verfolgen und mir dann anschauen, wie meine Entwicklung ist. Also hier sieht man, dass ich dann eben Gewicht mal Wiederholung eben gesteigert habe jetzt über die letzte Woche und dann gab es eben einen Tag, wo ich dann weniger Wiederholungen gemacht habe bei mehr Gewicht und dann jetzt eben 60 Kilo mal 10 ist dann natürlich mehr Gewicht mal Wiederholung und so kann man das Ganze dann eben auch mal kontrollieren. Und ja, so sieht es dann eben aus mit den ganzen Übungen. Das kann man sich dann immer schön hier angucken. Also ich finde die App eigentlich ganz gut. Wenn ihr eine bessere App habt, könnt ihr natürlich auch gerne mal Bescheid sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 2 Euro dafür bezahlt. Was mir eben immer wichtig ist bei so einer App ist zum Beispiel, dass ich das Ganze eben als Datensicherung da machen kann und auch als CSV exportieren kann, weil ich das eben dann in meiner Excel-Tabelle oder so einfach übernehmen kann und überall sichten und auswerten kann und nicht nur in der App, weil ich das ja auch gerne selber mache. Dann haben wir die Körpergewichtsübungen. Wie gesagt, kann man sich alles schön hier zurecht machen. Dann kann man auch sich die komplette Statistik quasi angucken, wie das aussah über die letzten Tage und so. Und so bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann eben weiterläuft. Kann man sich hier auch die Rekorde angucken. Ich weiß jetzt nicht, wo die draufgesetzt sind. Und wir werden einfach mal gucken, wie das aussieht. So kann ich mir auch das Protokoll daneben angucken, was ich eben gemacht habe. Wie gesagt, jetzt auch nur mit drei Sätzen dann insgesamt, aber dafür eben jeden Tag. Und das langsam gesteigert jedes Mal. Also wenn man sich das weiter unten anguckt, hier 17, 16, jeden Tag was gemacht auf jeden Fall. Und angefangen eigentlich mit relativ geringem Gewicht, damit ich eben kein Muskelkater habe. Also hier nur Kniebeugen mit 30 Kilo oder so. Das ist natürlich nicht viel. Wobei das natürlich dann jetzt immer mehr wird. Und ich dann heute eben, oder gestern besser gesagt, auch beim Kniekreuzheben, beim Kniebeugen bei 50 Kilo war. Und mich da natürlich langsam nach oben taste und immer mehr drauf packe. Ja. So viel dazu. Wenn ihr eine andere App habt oder so, könnt ihr natürlich gerne mal schreiben. Aber ich fand die jetzt eigentlich ganz gut. So. Meine Handyuhr piept. Ja. Das dazu. Fällt mir noch irgendwas ein, was ich euch zeigen kann? Eigentlich nicht. Ja. Das sind meine Übungen, die ich gerade mache. Ich versuche das Ganze eben jeden Tag zu machen. Und das Ganze eben maximal jetzt Ketogen auch auszureizen. Auch zu gucken, wie sieht es aus mit meinen Körperdaten, mit den Umfängen jetzt, mit dem Bizeps oder sowas. Wächst das Ganze auch Ketogen. Und wir schauen einfach mal, wie sich die Sache entwickelt. Das wollte ich euch einfach mal mitteilen, damit ihr da jetzt einen kleinen Einblick habt. Was aktuell bei mir so trainingstechnisch dann auf dem Plan steht. Und natürlich gleichzeitig dazu auch noch die Laufeinheiten und so weiter.